Musik Ja, so ist gut. Lassen Sie ihn langsam runter. Weiter, weiter. Musik Musik Doug? Ja, Craig. Hank ist an Bord. Zünde den Sensor. Was? Zünde den Sensor. Aber ich verstehe überhaupt nicht. Mach, was ich sage. Spreng das Ding. Also gut, soll geschehen. Gehen Sie. Hydronaut ruft Seismow, Washington. Seismow! Jawohl, sehr gut, Hydronaut. Verstanden. Schalten ab. Sie nähern sich dem Auslegepunkt für den letzten Sensor. Zentralamerika. Erdbebenmeldung Stufe 6,5 auf Richterskala. Ob wir unser Warnsystem noch rechtzeitig in Benutzung nehmen können? Selbst wenn sich der Kreis schließt, bleibt noch die Frage, inwieweit das funktionieren wird. Na, das werden wir ja sehr bald wissen. Halten Sie sich an Ihren Karten bereit. Der Letzte. So geben wir ihm alle unseren Segen. Hank, Sie informieren bitte Seismow, sobald er verankert ist. Ja, und wenn das ganze System arbeitet, dann kommt meine Tauchfahrt. Achtung, da geht er hin. Verankern. Hier. Dr. Bogen, Dr. Hammurgo, der letzte Sensor ist unten und das Signal ist fabelhaft. Gib mir den Hydronaut. Sind alle Einzelverbindungen intakt? Signal ist da. Ich höre. Kommt gut durch. Anwandfrei. Ganz klar. In Ordnung. Also dann bereithalten zum Ringeempfang. Machen Sie es, Doktor. Das war ja Ihre Konzeption. Oder auch Fehlkonzeption. Das war ja meine Konzeption. Vielen Dank.